hey willkommen zurück zu einer neuen runde marco 3 custom tracks und zwar in der online fassung los geht's so soll er willkommen zurück ich habe jetzt geschlagene zehn minuten gewartet bis dann endlich mal in die runde reinkommen aber ich kann jetzt endlich weiter zurück in ctgp ich freue mich das ewig herr ist das letzte video gemacht hat das war jedes irgendwie das sd karten video keine ahnung weil gar nicht mehr so ewige leute sind ja ruthless ist irgendwie mega schwierig videos zu machen während man dann noch vollzeit arbeitet keine ahnung ist andere leute hinkriegen ich bin fast nicht geboren dafür so egal aber das habe ich eh alles in einem ganz anderen video gehabt okay tschüss oh mein gott der lag das ist übrigens wieder eine von den strecken die ist so endlos langweilig und überholen kann man da auch nicht so eine richtige front running track müsste hat er echt keine chance auf irgendwie geile abkürzungen nach vorne zu kommen und ich bin jetzt das letzte ich bin nur scheiße ok entstehen jetzt nicht scheiße aber nicht ganz gern irgendwas besser wo sie mit dem funky kompensiert diese und das ist und 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 Ja, mein Gott, der Leg ist jetzt gar nicht mal wieder. Ritium start. Teleporting people. Wow, Alter, der ist mir jetzt gerade richtig am Arsch. Du Shell, was will ich denn damit? Ich habe keine Ahnung, welchen Platz ich bekommen habe. So am Schluss, vierter, dritter, vierter, dritter, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich eh gelegt, oder? Na, wir tritt da. Nice. So. Weiter geht's. Okay, ich nehme meine Sache von vorne zurück. Die Strecke gibt richtig gute Rennen. Jetzt fangt das schon wieder. So. Gruzifix. So. Nach dem DC glücklicherweise innerhalb, äh außerhalb von dem Rennen, äh, das heißt, hier können Punkte verloren. Und, aber jetzt sind wir, äh, ja, äh, sind jetzt in einem One-One-One-Alter, was ist denn jetzt los? Also, heute ist, ähm, die CGP ziemlich am Arsch, oder ist es mit dem Internet? Ich weiß es nicht. Aber jetzt die ganzen Legs, ja, die sind noch nicht mehr schön. Schade. Hä? 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 Leute. Sorry, aber das macht jetzt keinen Sinn. Ähm, ja. aufgrund von technischen problemen sehen sie jetzt fortnite kills im zusammenschnitt viel spaß so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020